Der Bernd und ich sind jetzt ja auch in Dresden angekommen hinter uns. Was ist das? Was soll das sein? Zweifel. Wir sind jetzt hier nochmal anzumerken im Zwinger in Dresden, welch Kulturerbe. Echt schön hier, coole Gegend und bevor es natürlich zur Pressekonferenz geht noch ein bisschen Sightseeing hast für die Bildung und wir sehen uns auf jeden Fall gleich von hier drin. Ja, die Pressekonferenz und die Bilder sind jetzt hier beendet. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch die Videosequenzen, werdet ihr wahrscheinlich gerade gesehen haben. Wo wir genau sind, ist auf jeden Fall in Dresden. Vor mir ist da der Theaterplatz, da hinten, da wo Bern gerade ist. Ja, es ist eigentlich super schön hier. Schade, dass wir jetzt nicht die Zeit haben um noch länger hier zu bleiben. Es gibt Schaßmann. Es gibt Schaßmann. Aber jetzt kommt ein bisschen Autos, ein bisschen Verkehr hier. Ja, wir haben da ja nicht so viel Platz, um jetzt hier länger zu bleiben. Es war wirklich echt schön hier. Mal hier rund um. Hier ist echt ein schöner Platz. Und ja, ich hoffe, der Tag hat euch gefallen. Er lässt einen Dorn nach oben da und wir sehen uns wahrscheinlich dann am Lausitzregen.